Ares Force Beats, mein Name. Vorweg eine Frage, ihr kennt diese Tage. Ihr wacht morgens früh auf, geht zur Schule, ins Studium, zur Arbeit, wohin auch immer. Ihr kommt nach Hause und wird es besser? Nein, im Gegenteil, schlechter. Denn es läuft alles schief, was nur schief laufen kann und ihr seid tierisch schlecht gelaunt. Genau so ein Tag ist heute und zwar bei mir. Ich hoffe aber dennoch, dass wir dieses sagenhaft tolle Video doch irgendwie zusammen auf die Kette kriegen. Lasst uns einfach am besten loslegen. Ich begrüße euch ganz herzlich zu einem neuen Teil aus meiner Serie How to V, Musik ein Beat, selber am PC machen. Nachdem wir Hip-Hop und Dubstep erfolgreich absolviert haben, machen wir heute weiter mit House. Wie kommt's? Konnte ich irgendwo abstimmen? Jo, im letzten Video, also nicht beim fertigen Beat, sondern im letzten Tutorial, könnt ihr unter das Video schreiben, auch jetzt schon im Ersten, was ihr euch als nächstes wünscht. Orchester und R'n'B, was mich zum Beispiel auch sehr interessieren würde. Aber ich will euch gar nicht manipulieren. Entscheidet weiterhin selbst. Ich mach gerne alles, was ihr wollt. Außer zu privaten Schweinekram. So, bloß keine Zeit verlieren. Fangen wir an mit dem House-Genre. Dazu gehen wir... Achso, übrigens, wir wollen keine Auszeichnung gewinnen für den besten Beat auf der Welt. Darum benutzen wir nach wie vor alle Demo- bzw. Standard-Packs-Plugins und was auch immer, sodass wirklich jeder, auch der das Programm gerade erst als Demo runtergeladen hat, von zu Hause aus ein bisschen mitmachen kann, rumprobieren kann, etc. So, und demzufolge gehen wir in Packs rein und in Legacy. Da finden wir doch schon ein Club- und ein Dance-Ordner. Auf diese beiden fokussieren wir uns heute und fangen mit dem Dance-Ordner an. Hier haben wir eigentlich schon alles, was benötigt wird. Zum Beispiel eine Club-Kick, eine Kick, noch eine, noch eine und noch eine. So, ja, die, die und die klangen mir ein bisschen zu retro. Hier war ein bisschen zu viel Bass drin, fast nur Sub. Und darum entscheiden wir uns für einen Kompromiss und nehmen die Kick 2. Jetzt gehen wir mit der Tempomatik Beats per Minute Schläge in der Minute auf 140. Warum? Ist ein Standard-Takt, sage ich jetzt mal dazu, sodass wir jetzt nicht außerhalb der Norm gehen. So, drücken hier die rechte Maustaste auf den Kick-Sampler und betätigen, wählen aus, Fill each four steps. So, damit hätten wir schon unsere vier Kicks eingefügt. Wir machen mal, wir hören mal kurz rein. Denk mal, da kann man jetzt schon sich einig sein und sagen, übrigens, ich lösche gerade hinter uns hier so einen freien, überflüssigen Sampler, kann man sich jetzt schon einig sein, yo, das klingt doch schon mal nach House-Trans-Dance, dieser Bereich. So, ja, was fehlt denn jetzt noch? Wir nennen uns erstmal unseren ersten Pattern, wir nennen uns erstmal unseren ersten Pattern, seht ihr, sowas meine ich, in Drums um. So, geschafft. Ich bin stolz auf mich. Wenn ihr das auch könnt, dann seid ihr schon richtig weit. Jetzt machen wir aber weiter. Also, die Kick haben wir. Wählen jetzt einfach mal ein paar Standard-FX rein. Also, wir mischen jetzt hier nicht richtig ab, das seht ihr, bekommt ihr zu sehen oder seht. Ich muss mich schon entscheiden, was ich sagen will. In mein FL-Studio von A bis Z-Tutorials zu sehen. Entschuldigung wegen der Werbung, aber nicht, dass es hier zu Missverständnissen kommt. So, dann hören wir einmal einen Sound-Goodizer an. Den benutze ich eigentlich recht oft für die Kick, wenn nicht sogar jedes Mal. Und wähle im Falle einer Kick immer den Buchstaben B aus. Warum? Wir können mal kurz reinhören. Jetzt lasse ich mal A aktiviert. Klingt ein bisschen übersteuert, ne? Ein bisschen zu trashig. Wähle ich aber jetzt B. Klingt es auf jeden Fall viel besser. Was soll das jetzt überhaupt, dieser Sound-Goodizer? Macht den Sound-Gooder. So ähnlich kann man es sagen. Also, es ist wirklich ein schöneres Klangbild. Kein professionelles, fertiges, gemastertes in Sachen Kick und Bass-Drum. Aber auf jeden Fall ein schönerer Klang. Definitiv ein schöneres Soundbild, finde ich. Sind aber auch alles nur Tipps. Sowas kommt ebenfalls rein. Ein Fruity Fast Destroyer. Ist jetzt keine besondere Mastering-Kunst. Finde ich nur besser, damit es ein bisschen von der Norm abweicht. Da wir ja schon Standard-Packs verwenden. So, wenn ich jetzt nichts bearbeite, klingt das Ganze ebenfalls viel zu trashig. Beziehungsweise, hier leben wir es, dist destroyed. So wollen wir das nicht. Dann gehen wir mit dem Haupt-Destroyer einmal ganz, oder fast ganz runter. Dann hören wir davon schon gar nicht mehr so viel. Können noch ein bisschen höher. So, und jetzt machen wir die Kick an sich nochmal etwas weicher, indem wir den bis hier ungefähr runter regulieren. Ja, hier können wir vielleicht nochmal ein bisschen so auf Viertel nach. Obwohl, dann wird er zu leise. Den lassen wir ruhig ganz unten. Ja, jetzt fehlt die Power irgendwie. Vielleicht mit dem Destroyer nochmal höher. So können wir es auch lassen. Nur eine kleine Spielerei meinerseits. Müsst ihr nicht so machen. Ihr könnt auch zum Beispiel den Multiband-Maximierer, also den Mexel, muss ihr noch reinpacken. Habt ihr auf jeden Fall nochmal einen ordentlichen Klang auf der Kick. Aber, warum immer dasselbe, ne? So, was nehmen wir zur Unterstützung? Auf jede zweite Kick kommt in der Regel eine Clap-Snare für den Takt. Schrägstrich-Snare war da gemeint. War damit gemeint. So. Ja, ziemlich einfache Standard-Claps. Nehmen wir mal eine, die nicht so Standard klingt. Fügen sie hier ein. Und wie gesagt, auf jede zweite Kick fügen wir jetzt die Clap ein. Kostprobe. Hörprobe, besser gesagt. Und ja, die bearbeiten wir jetzt mal, wie gerade angesprochen, ganz simpel mit so einem Multiband-Maximierer. Hier, dem Maximus einfach. Müssen wir jetzt natürlich noch vom Volumen ein bisschen runtergehen. Denn sonst... ...ist die Clap so laut, dass sie so sehr übersteuert und die Tonsignale verschluckt, dass sie einfach nur noch schlecht klingt. Wir hören mal rein. Ne, da können wir ruhig, glaube ich, bis auf 50% runter. 50 Cent. Ah, war jetzt bei 55, guck mal in 50. So lassen wir es erst mal. Es kommt ja noch einiges dazu. Nicht, dass sie am Ende so sehr untergeht, dass ich sage, ach, jetzt können wir schon wieder hochschrauben. Ne, am Ende kann man immer noch genug bearbeiten. So. Ha, hatte ich ja schon abgespielt. Merkt man auf jeden Fall, alles klar, ist schon die Richtung. Gut, wie geht es weiter? Und zwar können wir uns schon mal vormerken, so eine Crash werden wir auf jeden Fall verwenden. Mit der werden wir auch gleich noch was machen. Die open ich schon mal in einen New Channel. Dann brauchen wir noch ebenfalls... Hier nehmen wir so eine Snare, wofür die ist ebenfalls gleich. Die kommt jetzt nicht einfach wie in anderen Genres, einfach auf die Clap zur Unterstützung, sondern hat einen ganz anderen Effekt. Aber dazu, wie gesagt, gleich. Ja, so eine Head können wir hier noch nehmen. Hi-Hat. Und dann gehen wir noch mal in den Club-Ordner. Ja, die brauchen wir auf jeden Fall, die Head. Das ist so ein Open-Hi-Hat jetzt. Die ist auf jeden Fall ganz wichtig, auch unter Ride bekannt. R-I-D-E. Ja, ne, und sonst... Ach, auch nicht schlecht. Aber sonst hätten wir hier eigentlich schon das Nötigste. Gut, was machen wir jetzt? Jetzt haben wir eine normale Head. Das wird dann die Hi-Hat sein. Die fügen wir in Two Steps ein. So, wir hören mal. Ist noch ein bisschen zu laut, aber auch noch ein bisschen zu trocken, oder? Also, die hätten wir jetzt einmal so. Ne, auf 40 wollte ich sie. Damit machen wir aber noch ein bisschen was. Dann drücken wir auf Send to Piano Roll und bearbeiten hier noch ein bisschen das Pitchen. Vergrößern wir das mal. Gehen wir einfach mal hier so lustig hin und her. Einfach mal ohne wirkliches Ziel, ohne Konzept. Ja, ist doch schon ganz nett. Dann können wir mit dem Penning noch ein bisschen links und rechts verteilen. Ich würde jetzt nicht jede Abwechslung machen. Zum Beispiel so, zwei, zwei. Dann mal einen Abwechslung, einen Abwechslung. Den lassen wir mal wieder in der Mitte. Den letzten vielleicht mal hier hin. So, wir gucken mal. Oder hören mal. Ja, warum habe ich das getan? Ist einfach nicht so sehr Standard. Da könnt ihr aber ebenfalls machen, was ihr wollt. Vielleicht nur ein Pitch, vielleicht nur ein Penning, vielleicht nur ein Echo drauf. Oder einfach Ping-Pong-Echos. Wie ihr wollt. Also spielt darum, wie ihr Bock habt. Wie oft soll ich es noch sagen. So, dann haben wir hier, wie gesagt, noch eine Head, die auch unter, oder als Ride bekannt ist. Was machen wir damit? Die setzen wir, wenn ich mich nicht irre, immer hier hin. Ich höre aber vorher mal rein. Ne, Quatsch, ist schon falsch. Ich muss mal gucken. Na, alles klar. Dann kommt sie immer hier hin, wenn ich mich nicht schon zum zweiten Mal wieder irre. Na, hier ist doch schon mal irgendwas schief, schon wieder irgendwas schief gelaufen. So müsste es jetzt richtig sein. Hören rein. Ja, sehr wichtiges Element, wenn ihr Trance machen wollt. Vielleicht ist sogar das, wo jetzt viele sagen, ah, weil, wenn man am Ende mal nur das weglassen wird, wird man merken, das klingt irgendwie nur nach dem Takt, aber hat noch nicht dieses richtige Element von Trance. Sie haben was fehlt da. Ja, und wenn dann das später drin ist, merkt man echt, alles klar, das ist wirklich in jedem Haus Trance-Techno-Song drin, in der Regel. Ne, also da haben wir auf jeden Fall den Ride noch dazu. So, jetzt hatte ich hier von Crash und Snare geredet. Dazu müssen wir aber, wie gewohnt, auch in den anderen Tutorials unsere Patterns einmal kurz viermal klonen, beziehungsweise, dass wir es vier haben, dreimal klonen. Für alle, die nicht klonen können, es kann sein, dass in der neuen Demo-Version nicht mehr geklont werden kann. Da müsst ihr jetzt einfach alles nochmal viermal nachspielen. Ist aber nicht so tragisch, denn gleich kommt das, was wir wirklich bearbeiten. Also, dann macht euch den kurz viermal fertig, oder klont, so wie ich das gerade mache, oder drückt einfach Shift, Z-Drill und C. Bei euch ist Z-Drill, S-T-R-G, okay. Das ist dann der Shortcard, so. Und noch ein letztes Mal. Jetzt haben wir sie viermal hier stehen. Jetzt haben wir viermal dasselbe. Was soll das? Wollen wir die jetzt viermal untereinander in die Playlist einfügen? Nein, nein, so ist das nicht gedacht. Jetzt kommt wieder die gute alte Abwechslung, wie auch in den anderen Tutorials. So, in den ersten Drumset werden wir einmal die Crash noch dazu einfügen. Machen wir ein bisschen leiser. Die nervt nämlich ziemlich schnell, gerade hier beim Rumproben. Vielleicht können wir sie sogar so fürs Ende lassen. Ich mache sie jetzt trotzdem erstmal 55, weil je dezenter die ist, desto auffälliger ist die manchmal. Weil wenn sie zu laut ist, macht sie den ganzen Song kaputt. Aber wir machen damit gleich eh nochmal was. Vorweg erstmal so. So, das ist Drumset 1, das lassen wir auch ganz schlicht. Jetzt gehen wir ins Drumset 2 über. Da lassen wir die Crash jetzt weg, weil die kommt immer nach allen vier Bars wieder für den Start. Nach allen vier Patterns hier. Nach dem Drumset komplett Loop. So, also für den zweiten Loop. Was könnten wir da machen? Da könnten wir zum Beispiel mit den Hi-Hats mal etwas mehr machen. Aber nicht zu auffällig. Eher simpel. Ich gucke mir das gerade mal an. Vielleicht hier noch einer rein. Mal anhören. Ja, klingt doch eigentlich ganz nett. Ich denke mal, das können wir auch erstmal so lassen. In den dritten tun wir diesen Effekt ebenfalls dazu. Aber damit sollte es noch nicht genug sein. Sondern da sollten schon ein paar mehr rein. Ich hoffe, das ist jetzt rhythmisch gut angepasst. Wir testen das Ganze mal. Also eine Break vom letzten. Und bei der letzten kommt da ganz klar, ist euch vielleicht auch schon mal aufgefallen, die dreifache Kick am Ende. Mit der Hi-Hat lassen wir uns hier wieder ein bisschen Ruhe. Nehmen sogar am Ende die letzte Ride mal raus. Gut, dann hören wir uns jetzt mal alle vier an. Und gucken, was das denn so gebracht hat, was ich da gemacht habe. So, schön langweilig, oder? So, jetzt kommt aber noch etwas dazu. Ich hatte die ganze Zeit schon so eine Werbung um die Crash gemacht. Damit machen wir gleich was. Und die Snare ist auch noch nicht bearbeitet. Dazu kommen wir dann jetzt. Nichts Besonderes. Viele werden jetzt beleidigt aufstoßen und sagen, ne, ne, dafür hat er sich jetzt so Zeit gelassen. Aber andere wiederum werden sagen, ah, coole Idee. So, also die Crash haben wir ja, wie gesagt, hier immer am Anfang ganz normal drin. Und zwar so. Und spektakulär. Jetzt lassen wir sie aber rückwärts laufen. So, dass sie dann genau, wenn sie sich rückwärts, wenn sie rückwärts durchgelaufen ist, mit der Crash wieder anfängt. Das machen wir dann natürlich im vierten Drum. Und müssen das hier vor auch einmal klonen, also kopieren. So, jetzt müssen wir nichts anderes tun, als hier auf Reverse zu drücken. Jetzt sehen wir schon, die Wave-Datei hat sich spiegelverkehrt hier hingelegt. Wenn wir mal draufklicken. Aha, ist Reverb. Wenn man das jetzt hört, klingt auch schon so nach dem Beginn von so einem House-Song. Manchmal beginnen die einfach ganz schlicht mit einer Rückwärts-Crash. Und dann geht es auch schon direkt ins Koscheen oder in die erste Melodie. So, jetzt sind wir genau beim Reverb-Crash. Das war hier Crash 2. Müssen wir die natürlich nur rhythmisch richtig hinlegen, sodass sie genau hier bei 2 enden würde, dass am Anfang der 2 unsere Crash von dem ersten Pattern hier anfangen würde. So. Also, ach, Piano, da sind wir ja schon. So, dann gucken wir mal. Ich glaube, hier wäre es noch nicht richtig. Gucken, wie naheliegend das schon ist. Na, ich glaube, das könnte schon passen. Jetzt hören wir uns mal nur die letzte an und gucken, ob dieser Reverb dann mit dieser Crash übereinstimmt. Also ihr macht es so weit nach links wie möglich. Ja, und wenn die erste Lücke drin ist, sofort wieder ein Stück nach rechts. Gut, das hätten wir. Jetzt bringen wir aber noch ein klein bisschen Abwechslung rein. Übrigens, so ein Reverb sollte nie so laut sein wie die Haupt-Crash. Auf jeden Fall immer noch ein paar Cents, 10, 20 da drunter liegen. Wenn ihr jetzt sogar, wie ich, noch gleich Penning machen werdet, also zum Beispiel auf die linke oder rechte Box das Ganze legt, geht es ruhig noch weiter runter. Ich gehe jetzt mal auf 35 erstmal zum Test und lege die dann kurz vor 50 hier so mal auf die linke Box. zur kompletten Kanalverteilung, geht wie gehabt in den Mixer und variiert mit diesen beiden Reglern. Bitte eure Kanäle, wenn ihr das machen wollt. So, einen Moment. Entschuldigung. So, dann hören wir mal rein, wie der jetzt klingt. Ja gut, ein bisschen lauter geht noch. Machen wir auf leicht über 40, aber wirklich nur leicht. Kommen wir bei 42. Dann ist aber Schluss. So, und das hätten wir jetzt. So, ich habe das jetzt ein bisschen nach rechts verschoben, weil hier gleich noch ein kleines Intro hin soll. Wir haben jetzt hier die Crash rückwärts. Jetzt wollen wir aber auch noch einen kleinen Break haben, sodass man wirklich die vierte, wenn man jetzt mitten in den Songspul sofort erkennt, ah, alles klar, da ist der Hauptloop vorbei, wo jetzt zum Beispiel eine andere oder neue Melodie dazukommen würde. So, dann machen wir jetzt noch was mit den Snare Drums. Wir hören mal rein, wie die ganz gut passen würden. Dann macht er das quasi, dass es erst immer mehr kommt, dass es leicht ansteigt quasi. Vielleicht sollten wir sogar hier erst ansteigender werden. Ich höre mal rein, das ist jetzt nur ein Test, eine Vermutung. Ja, aber sowas in der Richtung meine ich schon. Die setzt er aber, wie ihr wollt. Das ist jetzt noch weniger als Standard, was ich jetzt gemacht habe. So, machen wir auf 45. Das sollte dann aber auch genug sein. Jo, das passt. Da wir den Crash Reverb auf rechts hatten, oder auf links besser gesagt, können wir die Snare jetzt mal auf rechts tun, etwa im selben Verhältnis zu Crash, zu Reverb Crash. So, wenn das denn mal funktionieren würde. So, jetzt funktioniert's. Jo, passt. So, was hatte ich jetzt vor? Ich sagte ein Intro noch. Bevor ich das aber erstelle, werde ich jetzt hier einfach nur nochmal clone zur Vereinfachung. So, wir nennen da schnell um. Dann werde ich mit den Drumsets nicht durcheinander kommen. Und jetzt kann ich quasi alles entfernen, was nicht ins Intro soll. Ins Intro soll nicht der Ride. Sollen nicht die Hi-Hats. Sollen nicht. Doch, sollen die Snare, soll die Reverb Crash. Sollen die Claps aber nicht. Aber die letzten Kicks sollen da sehr gerne rein. Warum? Das werden wir jetzt hören. Denn so wird dann wohl das Intro in etwa sein. Also vorher, das machen wir im zweiten Teil, kommt vielleicht so eine schöne Atmosphäre. Also die erste Melodie lässt schön langsam einklingen, lässt noch gar nicht vermuten auf dem Haustrans, der jetzt gleich wirklich bam, bam, bam zum Tanzen schnell abgehen wird, sondern wirklich schöne, ruhige Atmosphäre. Übrigens im zweiten Teil, wenn es dann zu den ganzen Melodien geht, werden wir etwas mehr Melodien machen als sonst. Und zwar einmal die Melodien und einmal die Atmosphäre. Eher so mit Pads und den Melodien, dann mit irgendwelchen Synthesisern. Da werde ich mal differenzieren, das Ganze voneinander distanzieren, damit er dann ein besseres Verständnis bekommt, wie so ein Haussong überhaupt aufgebaut ist. Von den Melodien her und den ganzen Synthesisern. Nicht, dass er da irgendwelche Melodien reinhaut und denkt, das klingt aber nicht nach Haus. Na gut, das aber nächstes Mal. So, jetzt hören wir rein. So in etwa. Klingt jetzt noch sehr langweilig. Werden aber später noch wahrscheinlich weitere vier zu den Melodien anpassend dazu machen. Gerade wenn die Atmosphären laufen. Werden wir auch mit dem FX, ach XY-Controller spielen, dass das Ganze sich von den Frequenzen noch oder von den Filtern von niedrigen Herzzahlen zu hohen bewegt. Die Claps gleich so einsteigen. Also, dass das nicht so langweilig ist, weil sonst haben wir einfach keinen Haustrack, sonst haben wir einen hausähnlichen Song mit einem Beat, einem Drumset, der hausähnlich ist, weil er von Rhythmik und BPM übereinstimmt. Also, wir werden das schon noch professioneller machen. Jetzt haben wir hier erstmal das Drumset, was ihr wohin legen müsst, könnt, solltet und welche Elemente im Haus vorkommen im Drumset. Also, nächstes Mal das Ganze noch detaillierter mit den Melodien. Warum erst das nächste Mal? Für das bessere Verständnis. Haben wir direkt zwei Fliegen einer Klatsche, bevor ich jetzt die ganze Zeit nur drüber rede, aber nichts wirkliches mache. Wir hören nochmal rein, so klingt es bis jetzt. Eigentlich doch ganz schön. Gerade das Intro lässt doch Spielraum für mehr offen. So, und so weiter, ne? Also, bis jetzt noch sehr unzufrieden, wie in jedem ersten Teil. Schon gar kein Bock mehr auf den zweiten, aber lasst euch überraschen, das wird der beste zweite Teil, den ihr je gesehen habt. Also, bis zum nächsten Mal und Tschüss!